Wie immer starten wir mit dem Witz des Tages. Was ist der Unterschied zwischen einem italienischen Soßenbrot und einem Newcomer-Rapper? Eins davon kann eine Familie ernähren. Was aber kein Witz ist, ist der nächste Bericht über einen Autounfall in Mecklenburg-Vorpommern. Schildern Sie uns bitte genau, wie sich der Unfall ereignet hat. Glatt und dann mach so, Auto so machen, ich mach so, aber... Unfall. Zurück zum Studium. Bahnbrechende Berichterstattung, was aber auch bahnbrechend ist, ist die Idee eines Bürgers aus MV. Ich habe jeden Tag 40 Minuten mit dem Bus zur Arbeit gebraucht, obwohl die Arbeit nur eine Haltestelle entfernt ist. Danach ist mir aufgefallen, dass ich auch die Bushaltestelle gegenübernehmen kann und somit muss ich dann keine Rundfahrt mehr machen. Um keine News mehr aus Mecklenburg-Vorpommern zu verpassen, folgt Aladin68.